Es gibt zwei Arten von Menschen, Dad. Die einen besitzen einen B-Bot und die anderen nicht. Hey Leute! Oh, entschuldige, bin im Bild. Oh, dafür habe ich einen Filter. Ohne B-Bot hat man heutzutage kein Sozialleben mehr? Nein, Dad, irgendwie nicht. Ich will nicht, dass du nur noch an so einem Gerät hängst. Was? Oh, Dad, du hast mir einen gekauft. Hi, ich bin Barnys bester Freund out of the box. Was machst du? Barney, dein B-Bot ist echt super schräg. Ich bin Barnys B-Bot. Kommst du in meinen geheimen Schuppen, damit er dir gefallen kann? Nein, nein. Nein! Mach schön, Ron, dir fehlt ganz schön viel Code. Ratsch, Julios! Du solltest doch alles über mich wissen. Haare, braun. Größe, 1,50. 1,80 wäre besser. Dann kämpfst du an höher gelegener Objekte. Hey! Grunde zu finden ist doch, wozu er da ist. Freundschaftseinfrage, Freundschaftseinfrage. Wenn er nicht einmal das kann, ist er absolut nutzlos. Das Ding reißt mir den Kopf ab. Du darfst ihm nicht den Kopf abreißen. Das gibt Ärger. Okay, ich darf ihn nicht den Kopf abreißen. Ich habe keine krassen Sicherheitseinstellungen und so. Wer wie er, finde den Code. Entfernt, Entfernt, Entfernt. Gehirne! Ich sollte mir das ansehen. Ach ja? Ich lasse dich nicht zurück. Die werfen dich in den Recycler. Wir gehen gemeinsam in den Recycler. Nein, der Recycler macht keinen Spaß. Kein Spaß. Wo ist das? Findet den abtrünnigen. Wir brauchen niemanden sonst. Im Moment habe ich einen Freund. Das ist traurig. Und auch tragend. Lauf weg! Kein Problem. Haben wir jetzt mit mir Spaß? Hey Kumpel, wie läuft's mit dem Be-Bot? Alle beide die Hände da, wo ich sie sehen kann. Ron läuft schief. Vielleicht mal abschrotten und wieder an. Wir brauchen jemanden, wie läuft's mit dem Be-Bot? 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 Bis zum nächsten Mal.